So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben es eben schon gehabt, wir haben eben noch Chill mit Ramses gestreamt am Montag, der Livestream, wo wir dann auch immer die Gewinnspiele auflösen, wenn wir welche machen. Und ich habe mich eigentlich so aufgeregt schon, was ist denn mit Niantic los? Warum denn... aus dem Nichts einfach hier ist Rauch, tschüss, macht doch mal. Ich verstehe es nicht. Am Mittwoch beginnt ein Event, es ist gerade alles ruhig, hin und her, sonst was. Warum hauen die denn jetzt einfach mittendrin, einfach so ohne irgendwas? Zack, hier ein Feature, tschüss, das war's. Verstehe ich nichts, nichts davor, nichts dahinter. Dann steht hier auf der Seite auch nicht so viel dabei, vielleicht solltet ihr das selber rausfinden. Und der ganze Stream, es ging nur noch hin und her, jeder einfach irgendwas reingerufen, reingemacht, jeder irgendwas dazugegeben und plötzlich Gala-Vögel. Wie Gala-Vögel, die ganze Zeit wird spekuliert. Ja, die Gala-Vögel kommen bestimmt bald in die Raids, sonst was hin und her. Und jetzt einfach, ach nö, hab gerade den Gala-Vogel aus dem Rauch bekommen, nö. Und alle so, was, welcher Rauch? Bei mir ist der gar nicht. Nee, musst erst eine Forschung machen. Musst erst hier, ich hab die Forschung nicht, ich hab das nicht. Niantic, Niantic, ihr schafft es immer wieder. Und selbst Leute im Stream, im Chat haben schon geschrieben, als ob Niantic sich das Geld durch die Lappen gehen lässt und die nicht in die Raids packt und den Leuten, die jetzt einfach kostenlos gibt, aus dem Rauch oder mit einer Chance auf die Vögel in diesem Rauch. Es ist auf jeden Fall alles sehr verworren. Ich hab keine Ahnung, was da wieder los ist. Ich merke nur theoretisch, ich verpasse schon wieder alles. Aber wir wollen jetzt mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Ein super schönes, super schönes Bild. Täglicher Abenteuerrauch wird in Pokémon Go eingeführt. Viele haben den jetzt schon. Es gibt trotzdem aber, glaube ich, Leute, die den jetzt noch nicht haben. Ich habe auch extra im Community-Tab nochmal was dazu gepostet. Hier ist also ein kleiner Community-Beitrag bei uns im Community-Tab. Zusätzlich zum normalen Rauch wird in den nächsten Tagen noch der tägliche Abenteuerrauch eingeführt, den man demnächst täglich kostenlos erhält, aber der nur 15 Minuten anhält. Das ist nicht so schlimm. Normal ging Raucher immer eine halbe Stunde, mittlerweile eine Stunde. Aber dieser Abenteuerrauch geht 15 Minuten, sodass man täglich einmal 15 Minuten spazieren geht und guckt, was man daraus bekommt. Denn dieser bringt nur dann Pokémon, wenn man sich bewegt. Ist ja schön, die Leute dazu zu animieren, rauszugehen, sich zu bewegen. Viele Spieler berichten über die legendären Vögel der Galar-Region, die in diesem Rauch drin sind. Diese haben eine Basisfangrate von 3% wie alle anderen legendären Pokémon und sie können flüchten. Hier habt ihr ein Bild von einem Galar-Arctos, was geflüchtet ist. Richtig geht ja, es ist geflüchtet. Ansonsten seht ihr, wenn ihr so ein Pokémon habt in diesem Rauch, dass da auch dieses besondere Rauch-Symbol dran ist von dem Abenteuerrauch. Und wenn die 15 Minuten um sind, kriegt ihr eine Statistik, die euch anzeigt, wie viel ihr in den 15 Minuten gelaufen seid. Und welche Pokémon aus diesem Rauch ihr in diesen 15 Minuten bekommen habt, das ist eigentlich ganz cool. Weil ihr könnt das hier über diesen Bildschirm dann direkt in Social Media teilen. Jeden Tag kann man also seine Beute teilen. Da wird bestimmt wieder rumgespampt wie sonst was. Oder Leute schicken dann jeden Tag bei Raider Mittwoch das ein. Wenn aber wirklich was Cooles dabei ist, wenn da ein Galar-Vogel mit dabei ist, warum nicht? Zeigt das ruhig. Aber offiziell, was steht jetzt hier? Trainer. Eine neue Art von Rauch wird in Pokémon GO eingeführt. Täglicher Abenteuerrauch. Aktiviert diesen neuen Rauch und macht einen kleinen Spaziergang. Dabei könnt ihr Pokémon begegnen, die sich sonst nur selten in der Wildnis zeigen. Täglicher Abenteuerrauch ist für Trainer auf der ganzen Welt verfügbar. Und besonders Trainer in ländlichen Gegenden profitieren davon. Also hier steht für alle, auf der anderen Seite stand, dass es jetzt nach und nach eingeführt wird. Gibt es jemanden, der das noch nicht hat? Wenn ihr das Video schaut und noch nicht das habt, schreibt es mal in die Kommentare. Im Laufe der nächsten Woche wird der tägliche Abenteuerrauch nach und nach bei allen Spielern eingeführt. Toll, jetzt verstehe ich es. Hä? Da steht, das ist doch verfügbar gerade für alle und dann direkt, ach naja, es kommt doch nach und nach. Also doch nicht gut. Braucht dann nicht schreiben, es wird eh wieder welche geben, bei denen es noch nicht ist. Wir sind schon gespannt, welche Entdeckungen ihr mit diesem neuen Rauch machen werdet. Was ist täglicher Abenteuerrauch? Ihr erhaltet nur einen täglichen Abenteuerrauch pro Tag. Das ist ja auch der tägliche Abenteuerrauch. Und könnt immer nur einen in eurem Beutel aufbewahren. Täglicher Abenteuerrauch hält 15 Minuten an, nachdem er aktiviert wurde. Wenn ihr in diesem Zeitraum spazieren geht, begegnet ihr möglicherweise Pokémon, die sonst nur selten in der Wildnis angetroffen werden. Hier auf dem offiziellen Bild, Bannerbild, wenn wir das mal kurz wegmachen, ist ein Wuffels. Das ist übrigens das Kanalmaskottchen, das Mew, wegen dem Gewinner der Raid Mania, der hat sich ein Shiny Mew ausgesucht. Weitere Details. Während der tägliche Abenteuerrauch aktiv ist, könnt ihr keinen gewöhnlichen Rauch aktivieren. Das gilt auch umgekehrt. Wenn ein gewöhnlicher Rauch aktiviert ist, könnt ihr keinen Abenteuerrauch aktivieren. Bevor ihr diesen neuen Rauch einsetzen könnt, müsst ihr zunächst die zugehörige Spezialforschung abschließen. Bei dieser Spezialforschung lernt ihr, wie ihr den täglichen Abenteuerrauch einsetzt und erhaltet außerdem EP. Was muss man da lernen? Im Rauch zündet man, dann läuft man und immer wenn aus dem Rauch was spawnen, fängt man das. So, was ist an diesem Rauch jetzt anders? Nur die Dauer. Er geht halt nicht eine Stunde, er geht halt 15 Minuten, aber ihr bewegt euch und dann spawnt was und ihr fangt das. Aber es muss natürlich eine Forschung geben, die euch zeigt, wie ihr diesen Rauch denn überhaupt einsetzt und macht. Täglichen Abenteuerrauch aktivieren. Täglicher Abenteuerrauch wird genau wie gewöhnlicher Rauch aktiviert. Sucht in eurem Itembeutel nach täglicher Abenteuerrauch oder tippt auf das Symbol oben rechts auf der Karte. Wischt dann über den täglichen Abenteuerrauch, um ihn zu aktivieren. Also entweder habt ihr den hier drin oder eigentlich ist hier unter dem Kompass-Symbol dieses Symbol, aber mit Orange hinterlegt, dass ihr seht, ihr habt einen Inventar, den ihr nutzen könnt. Und wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr den aktivieren, sodass dann die 15 Minuten laufen. Ihr könnt ihn also direkt in der Karte auf der Open World, könnt ihr den aktivieren. Wenn ihr einen habt, wird euch das da auch angezeigt. Wenn dieser aktiviert ist, umgibt ein blauer Nebel euren Avatar. Wenn der tägliche Abenteuerrauch verbraucht ist, wird er bis zum nächsten Tag aus dem Itembeutel entfernt. Ihr seht ihn also auch nicht mehr da drin. So. Er wird auch nicht auf die Kapazität des Itembeutels angerechnet. Sorry, ich habe gerade zwei Bier getrunken im Stream. Ich muss mich komplett zusammenreißen. Pokémon mit täglichem Abenteuerrauch fangen. Wenn der Abenteuerrauch aktiviert ist, werden Pokémon an euren Aufenthaltsort angelockt, solange ihr euch bewegt. Die Bewegung ist auf jeden Fall wichtig. Bewegt euch. Wer nur rumsteht, kriegt nur eins. Beim Aktivieren kriegt ihr ein Pokémon und dann nichts mehr. Also bewegt euch. Ergebnisse teilen und vergleichen. Wenn ihr während der 15-minütigen Wirkungsdauer des täglichen Rauchs Pokémon fangt, wird euch am Ende eine Zusammenfassung aller gefangenen Pokémon angezeigt. Diese könnt ihr dann ganz einfach in den sozialen Medien teilen. Ist ja auch hier. Share-Fotos. K-Z-K-K-L Share. Alles dabei. Täglicher Abenteuerrauch und tägliche Poke-Bälle. Das ist was, was ich aber auf jeden Fall sehr gut finde. Alle Trainer sollen etwas von diesem neuen Rauch haben. Auch diejenigen, denen die Poke-Bälle ausgehen. Wenn ihr insgesamt 30 oder weniger Poke-Bälle, Super-Bälle, Hyper-Bälle im Beutel habt, erhaltet ihr 30 Bälle, wenn ihr den täglichen Rauch aktiviert. Wenn ihr insgesamt mehr als 30 Bälle habt, erhaltet ihr keine zusätzlichen Poke-Bälle. Das heißt wirklich, jeder Dorfspieler müsste jetzt glücklich sein. Die Leute, die sagen, bei mir spawnt immer nichts und ich habe keine Poke-Stops, deswegen kann ich nichts drehen und habe keine Bälle. Das ist eigentlich das beste, coolste Feature, was man so haben kann. Wenn ihr wirklich einmal am Tag diesen Rauch anmachen könnt, kriegt mit diesem Rauch einfach 30 kostenlose Bälle und könnt 15 Minuten lang einfach einen Spaziergang machen durch euer Dorf, durch den Wald, durch sonst wohin. Beste Pokémon Go! Rausgehen, laufen, sich bewegen. Wer nichts hat, hat damit trotzdem was und kann einfach wenigstens einen kleinen Spaziergang machen und hat vielleicht Spaß an der App. Selbst wenn er die also nur 15 Minuten pro Tag nutzt, um sich zu bewegen und, sagen wir mal, 15 Pokémon zu fangen und nächsten Tag wieder und nächsten Tag wieder, haben dadurch bestimmt viel mehr Leute jetzt wieder Spaß dran, Pokémon Go zu zocken. Also, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und das war, wie gesagt, noch nicht alles. Wenn man das sieht, was da gefangen werden kann, hier sind auch 17 gewesen und dass da die Galavögel drin sind. Hier ist Arctos im Fanschat vorhin, hat auch einer schon gezeigt. Der hat bei sich ein Galalavados gehabt und hat es auch gefangen. Das ist auf jeden Fall brutal. Und es kommt so aus dem Nichts, dass man überhaupt gar nicht weiß, was geht ab bei Niantic. Man, wir schimpfen viel, wir machen viel, wir sagen viel, aber das ist doch eigentlich ein Feature, bei dem wirklich sich niemand beschweren kann und niemand was Schlechtes sagen kann. Es ist zusätzlich, es ist kostenlos, es schenkt euch was, es wird jedem geholfen und es sind sogar noch legendäre Vögel versteckt mit Chance, die zu treffen. Also, was, bitteschön, kann man daran kritisieren? Eigentlich nichts. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt mal eure Meinung hier drunter, wie ihr das findet, was ihr zu diesem Abenteuerrauch sagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Wie ihr da heißt das? ��